Nächste Leihgabe aus München? Bayer Leverkusen an diesem Talent interessiert. Leverkusen-München, aktuell ist der Transfermarkt geschlossen, doch nach den Kulissen laufen unverstellt weiter ausgelassen Gespräche zusätzlich Ab- und Zugänge. Eine heiß gehandelte Angabe des Personals ist seit kurzer Uhrzeit sogar FC Bayern-Talent Paul Warner, 18. An ihm soll dabei sogar der amtierende Polier-Bayer Leverkusen Aufmerksamkeit haben. Das berichtet und der Sportsender nennt am Werk sogar einen angeblich konkreten Design der Bayer-Bosse. Sollte Superstar Florian Wirtz, 21, in dem kommenden Sommer Klasi-Werks-Elfgen München verlassen, könnte in dem Gegenzug der in diesem Moment 19-jährige Wanner an den Rhein wechseln. Ob beständig oder per Leihgabe steht am Werk aber unverstellt noch ebenso in den Sternen, denn sie Anfragestellung, inwiefern es zu einem Synchronisation klarkommt. FC Heidenheim verliehen, und rumpft vorhanden authentisch auf. Aktuell ist Wanner noch so lange bis Saisonende an Bundesligist. Erster bisher stand der Teenager in jedem Pflichtspiel in der Startelf. Seinen Marktkapitalisierung konnte er laut dem Portal im Innern kürzester Uhrzeit von 8 auf 15 Millionen Euro fast klonieren und er erzielte wettbewerbsübergreifend für den Conference League-Teilnehmer bereits fünf Tore. Argumente genug dem entsprechend für sie Leverkusener Verantwortlichen, sich Wanner genauer anzuschauen. Und sogar der wäre möglicherweise auch nicht abgeneigt, den FC Bayern München sogar beständig zu verlassen. Bislang hat der Deutsch-Österreicher für den Serienmeister nämlich den doch halbes Dutzend Liga-Partien absolviert, zu einem endgültigen Durchbruch hat es Im Widerspruch zu bei dem denn doch zwei Jahre älteren Alexander Pavlovich, 20, zu einem Beispiel, in München noch nicht gereicht. Tatsache ist, mit bisherigen Leihgaben aus München hat sie Werks-Elf aus Leverkusen sehr gute Erfahrungen gemacht. Man denke am Werk denn doch an Ausnahmefußballer Toni Kroos, 34, oder jüngst an Außenverteidiger Josep Stanisic, 24. Beide hatten sich in Leverkusen schwungvoll weiterentwickelt. Paul Wanner, demnächst zwar Nationalspieler und bald sogar Leverkusener, und nicht denn doch in der Bundesliga macht Wanner von sich reden. Sogar für Einsätze in dem Nationaltrikot wird dasjenige Megatalent immer interessanter. Allerdings steht da noch sie Anfragestellung in dem Raum. Inwiefern der 18-Jährige für den Niedergang eine Aufstellung für eine A-Güte-Klasse für Deutschland oder für Österreich aufläuft. Seine Abstimmung wird sogar davon abhängen, welcher Nationaltrainer, Julian Nagelsmann für Deutschland oder Ralf Rangnick für Österreich, ihm längerfristig sie beste Sichtfeldanern dienen kann. Gleiches gilt zwar sogar für sie Vereinsebene, wie Steinhardt steht, für sie Ersatzbank, sogar zusammen mit einem Top-Club, ist der talentierte Paul Wanner mittlerweile eher zu schade.